hallo liebe leute herzlich willkommen zu einer weiteren episode dead boy daylight ja wieder mit dem gewohnten zwei herren an meiner seite zum einen gott in hell und hellfire 101 hallihallo ja eines gleich vorweg bevor wir hier anfangen ich muss euch was beichten meine liebe community es gibt eine aufnahme die es bei mir nicht gibt ist jetzt ein bisschen verwirrend ist aber eigentlich ganz einfach erklärt ich dachte eigentlich hätte die letzte aufnahme gestartet dem war leider nicht so wenn er sie also ziehen wollt geht auf gott ein gott in hell gott einen seinen in der kanal geht auf gott in den seinen kanal da findet ihr die verlorene folge aus seiner perspektive ich werde die wahrscheinlich unten noch verlinken werde ich tun werde ich tun in dem sinne meine herrschaften wie schaut es aus also ich bin soweit er ist soweit so ich mache hier direkt wieder direkt wieder was okay gut gut ich könnte eigentlich auch mal den doktranslator nehmen denn was den hunde unterflüssen ich dachte doch mit c geschrieben also doktor also der doktor translator also der doktor übersetzer er ist der fallensteller ok gut zu wissen das ist gar nicht wahr doch überall liegen fallen rum also da habe ich nicht mit nichts mit zu tun du bist mein erstes opfer opfer mit jetzt aber mal eine kleine frage findet ihr das eigentlich gut mit dem verzerrern meinst du uns hier oder die zuschauer zum ersten meine ich euch zum zweiten na klar auch die community ja das können wir meine community darf man das ganz gerne mal in meine kommentare schreiben meine community kann auch in die kommentare schreiben ob er es sie erst gut findet dass nemesis es sie gut es macht ja wer ist denn hier beim generator niemand das gibt es doch nicht mann jaa macht er gerne mörder komme vor ich will mit dir spielen Das soll mich jetzt beeindrucken, oder wie? Nein, nein, nein. Das war eine Haufordnung. Ich habe ja sonst jemanden zu spielen. Hellfire wäre sowieso die ganze Zeit von mir weg. Ja, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest. Ich habe vorhin gerade deinen Weg gekreuzt, als du durch die Tür gingst. Ich ging bisher noch nicht durch die Tür. Doch. Hallo. Hallo. Wenn ich einen von euch erwische, dann abricht ich. Was? Wenn ich einen von euch erwische, dann abricht ich. Und was für eine Soße hast du dabei gedacht? Keine Ahnung, dürft ihr aussuchen. Rotwein, Weißwein, Brutsauce. Ha, 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 ha. Aber das ist Industries. Ich krieg euch schon noch. Ich krieg euch schon noch. Das glaubst du aber auch nur du. Nein, nein. Ich krieg euch schon noch. Tja, ja. Mann. Wo seid denn wir? Hier und da und überall. Jo, überall wo du auch bist. Das wollte ich jetzt nicht hören. Oh. Ich sag's dir dann auf deine Aufnahme, ne? Hier und da und der. Weißt du was? Leck mich. Jo. Ach, die Generatoren. Da, komm mal her. Nein, du brauchst gar nichts zu wiggeln, wiggeln. Das hilft dir jetzt auch nichts mehr. Guck, guck, da. Ich mach dich jetzt schon gar. Na, hängt sie's gut? Ich bleib jetzt hier stehen, du. Haus, blisack. Hellfire. Lauf. Lauf. Der Camp, der scheiß Camper. Jo, ich bin schon an dem Generator. Gut, du schaffst es, du schaffst es. Ich glaub euch nicht. Drei. Zwei. Eins. Komm schon. Und tschüss. T-Bugging. Denel tot? Ja. Ach, nee. Dich lass ich nicht mehr aus den Augen. Jo. Schon ne Stunde. Nein, 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 nein. Oh, Mann. T-Bugging. 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 Scheiß Stein. Scheiß Stein, Mann. Wo ist der nächste Haken? Wiggle, Wiggle. Wie geht es dir? Dann dran schieß ich, du. Schneller, schneller. Brauchst gar nicht Wiggle, Wiggle. Schneller, schneller. Nein, nein. Komm. Hier, ich hängte sich zu zu kochenden Raus. Na, na, na. Wer hat's euch gegeben? Wer hat's euch gegeben? Niemand. Meins war spannender. Nein. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Zurück zur Lobby. Zurück zur Lobby. Gut, gut, gut. So. Das zieht doch ganz schnieg aus. Du kannst da. Komm. Hä? Nein, ist gut. Nein, kannst du mir springen? Jetzt wäre es gut. Hellfire. Habe's gemacht, habe's gemacht. Nicht das. Du weißt, dass man das alles hört, was du sagst. Ja. Ich hab's auf Mute gestellt. Nein, hast du nicht. Ja, ja. Ich hab's gerade gemerkt. Oh, fuck. Tja, Leute, so schnell geht das. Ja, genau. Nur noch nicht. Das, der Quall. Das, der Wunschkopf. Schönen Tag. Das ist so. Ich glaube, er ist der Hillbilly. Also der Hinterwäldler. Ja. Alter, sag mal, wie nennst du mich? Hillbilly. Ah ja, na. Ah ja, na ja, so. Ja. Ja, das stimmt, ja. Das ist doch die korrekte, politisch korrekte Bezeichnung für einen Hinterwäldler. Naja, ja. Frag die Amis. Na, wo seid ihr denn? Hallo? Hier und da und überall. Jetzt kommt er schon wieder mit der Lamausrede. Nee, ich hab dich vorhin gesehen. Ah! Na. Wer ist da vor mir weggelaufen? Wer war das? Ich nicht. Im Gegenteil. Ich finde euch nicht. Wir sind Ninjas. Ninjas am Arsch. Am Arsch, sag ich. Wir sind Assasinen. Also was? Ja, sehr schön. Also Wattenkammer-Assasinen. Genau. Zwei zusammenhanglose Sachen gesagt. Das gibt's doch nicht. Du siehst es, es funktioniert. Ihr zwei Trottel habt schon zwei Generatoren hingekriegt. Ja. So reich, ohne Fehler. No. Das gibt's doch nicht. Leute, echt jetzt. Meine Haken werden kalt. Sie sind schon kalt. Man muss den Haken schmieden, wenn er heiß ist. Das wäre Eisen. Mein Haken ist aus Eisen. Sagt der. Ich. Nee. Sehr glaubwürdig. Du kannst alles sagen, wenn der Tag lang ist. Ich hab auch einen Haken. Und alle Tage sind lang. Also. Möster. Du weißt, was zu tun ist. Jupp. Hihihi. Doch, nee. Na also, geht doch. Warum nicht gleich so? Ja, komm. Komm mal mit. Ich hab da einen kuscheligen Haken für. Du brauchst gar nicht zu wiggeln. Das hilft jetzt auch nicht mehr. Fuck, die Haken sind alle so weit weg. Nein. Mich wiggeln. Wiggel dich frei. Hör auf zu wiggeln. Ah, nein, 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 nein. Gott sei Dank. Ja, weil du dich so blöd versteckt hast. Und wie schaut's aus? Ich kämpfe noch. Ich kämpfe noch. Gut, er kämpfe. Ist er auch da? Ja. Ja. Uuuh. Hallo, Nemesis. Nemesis. Ene. Alles klar. Ja, alles klar. Na, hängst du mal ab? Ne. Also, hau ab. Such die Luke. Such die Luke. Ja, bin dran, bin dran, bin dran. Sie sind in der Nähe des Zeppelins. Zeppelin? Zeppelin, was? Schreib's mir bei Steam. Hahaha. Also, ich glaube, sie ist dort. Sie ist oft dort. Glaube. Ach, Ene. Musstest du so schnell sterben? Gut gespielt. Okay. Wer? Ich? Nein, wir. Nee, dein Schatten. Okay, links, links, links. Und jetzt ein bisschen geradeaus. Genau, genau, genau. Da drin, glaube ich. Ja. Ja, weiß das der Nemi auch? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er weiß, was ich meine. Ja. Ich weiß, wie ein Zeppelin aussieht. Ja, eben. Der fliegt am Himmel. Klar. Ja, ich muss nach oben. Ich schletter gerade einen Baum hoch. Siehst du? Okay, jetzt lauf. Ja, jetzt lauf. Gut. Oh, Hellfire, ich finde dich auch. Ja, viel Spass. Au! Verdammt, in die eigene Falle getreten. Kacke. Findest du das lustig? Ja. Findest du das lustig? Sehr. Schau an, was du mit Elmer gemacht hast. Tritt du mal in meine Falle. Das tut weh. Nee, keine Zeit. Du schaffst es. Na, ich mach's auf konventionelle Wege. Auf konventionelle Wege? Ja. Generatoren, weißt du Bescheid? Also, es gibt aber nur drei Generatoren. Na ja. Na ja. Was glaubst du? Es gibt nur noch drei, ich weiß es. Aha, nur noch drei, ja. Kann sein. Aber im Gesamten gibt es immer mehr als Spieler. Ja. Das ist so. Darum gehe ich jetzt mal von aus. Hellfire. Ja. Denn Kronk und Soh dachten, es gibt nur so viele Generatoren wie Spieler. Das stimmt aber nicht. Denn sonst könnte der Mörder einfach beim letzten Campieren. Nein! Nein! Hallo? Ja, hallo. Und jetzt. Ja, ja, nein. Ja, ich kann ja nicht, ich kann ja nicht befreien. Ich habe die Maustaste zu Tode gedrückt. Ach, nee. Du musst es auch verhalten. Ja, hab ich ja. Dann ist der Balken nach oben und dann ist er wieder angefangen. Wiggle, wiggle. Ja, geht auf mich, geht auf mich. Warte, ich hänge dich hier hin. Also ganz ehrlich, wenn er auf seinen Rücken wäre, würde er den Haken ziehen. An welchen Haken? Äh, hast du deinen Charakter schon mal angesehen? Kann ich ja nicht, ich stecke in seinem Kopf. Ah, dieser Haken. Ja, dieser Haken. Ja, das bringt auch nicht viel. Einfach dran ziehen, wenn er loslässt, packst du und ziehst gewaltig raus und dann direkt in den Kopf rein und so. Hey, nicht zu mir rein, ich bin in seinem Kopf. Schlauter. Also gut, noch eine Runde. Bin dabei. Gut. Es fehlen noch mehr Mörder, also Mördervarianten. Ich wäre dafür so eine fette, große, stämige Metzgerin mit einem Metzgerbeil. Spezialfähigkeit, das rumwirbeln mit einem Metzgerbeil, so. Achso, deine Traumfrau. Nicht ganz. Ja, aber sag mal, wäre das nicht auch ein bisschen Abwechslung? Ich dachte da eher an so eine Art Hexe. Ich dachte auch noch zusätzlich an... Kennt jemand den Film The Grudge? Oder The Ring? Ja. So eine. Weiter. Eine Knochendürre, die Extremere sich die ganze Zeit so verbiegt und Spezialangriff auf allen Vieren krabbeln und mit Geschwindigkeit auf einen zu rasen. Man, könnte ich gerne drauf verzichten. Hallo. Mitgekommen. Na? Wiggle, wiggle. Wiggle, 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 wiggle. Hier, komm. Ich häng dich zu, dein Kühn. Also, warum? Schon wieder ähnelt. Ich erwisch immer dich. Na, okay. Okay, und campen ist verboten. Das ist unfair. Ich camp ja gar nicht. Was machst du denn? Ich such die anderen Generatoren ab. Ja, schön. Per Zufall steht da hinten ein Generator. Na. Sehr schön. Also. Lauf! Lauf! Nein. Ehe, da hinten war er nicht. Ich geh mal in diese Richtung gucken. Tja, das war das Aus für ihn. Ja. Nun. Was ist er denn, Enel? Was? Was ist er denn? Ähm. Der Fallensteller. Schon wieder? Nee. Hellfire. Er ist immer der Fallensteller. Komm hervor, Hellfire. Okay, diesmal war er scheiße. Das Problem ist, du musst jetzt Generatoren generieren. Ja. Wortspiel beabsichtigt? Ja. Gut. Wollte ich nochmal fragen. Denn der war so schlecht, es muss beabsichtigt sein. Dachte ich auch. Ja, genau. Sogar, ich weiß, dass er so schlecht war, also so. Hellfire. Jo, was denn? Näm ihn. Der war geradeaus. Wo? Bei mir? Bei ihm? Ich rede von, äh, Gucken, Sandwich. Ja. Da, siehst du ihn? Ja, ja. Sehen. Geradeaus vor mir. Nein! Fuck, hätte ich besser nicht geschafft. Bist du schon fertig? Wer? Anscheinend, ja? Hätt' er dir! Sackgasse, du Trottel! Nein! Was bist denn du für ein Idiot? Alter, echt jetzt? Daneben, du Trottel! Bam! Ab in die Sackgasse, hier mal, richtig! Ich wollte da durch die Bretter. Wiggle! Der hat die ganze Zeit gewartet und du wurgelst dich mal. Ja, 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 es geht ja nicht. Es unterbricht immer. Das ist der Gell. Weiter, 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 weiter. Aber der hat seine... Soundboard benutzt, oder wie das heisst. Da hättest du dich... Er hat doch die ganze Zeit sein Soundboard benutzt. Da hat er sich ja nicht bewegt. Genau das. Ja. Da hättest du dich frei wurgeln können. Scheiss. Oh, oh, oh. Wer hat euch fertig gemacht? Schnauze. Wer hat euch fertig gemacht? Okay. Knallharter Sieg. Schön für dich. Gut. Sehr schön für mich. Also, Leute, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auch ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.